Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video bei Retro Spielzeugwelt und heute präsentiere ich euch ein paar Angebote aus dem Shop. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Retro Spielzeugwelt. Heute möchte ich euch ein paar Aktionsartikel aus dem Shop zeigen www.shop-spielzeugwelt.de. Wir haben im Moment ca. 50 reduzierte Artikel im Shop. Unter anderem auch ein paar Knaller dabei, die ich euch jetzt über Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit noch einmal zeigen möchte. Vielleicht ist noch etwas für euch dabei. Da sind für mich richtige Highlights nämlich mit dabei. Und ich muss mal eben gucken, neun Stück davon zeige ich euch jetzt. Doch bevor ich jetzt zu den Highlights komme, möchte ich euch natürlich frohe Weihnachtstage wünschen. Genießt die Feiertage mit euren Liebsten. Ich hoffe, ihr werdet reichlich geschenkt. Seid und bleibt gesund. Könnt gut essen und genießt einfach die Feiertage. Ihr habt es euch verdient. Und jetzt kommen wir zu den neuen Highlights, habe ich mir rausgesucht, die gerade bei uns im Shop im Sale sind. Und zwar fangen wir mal an mit Mask Volcano. Den haben wir hier direkt hier vorne stehen. Mask Volcano kennt ihr sicherlich alle. In Deutschland nicht ganz so einfach zu bekommen. Auf jeden Fall auch nicht in einem guten Zustand. Dieser Volcano hier ist im guten Zustand. Hat zwei kleine Mängel. Der erste Mangel. Oh, bin hier aus Versehen auf den Auslöser gekommen. Den seht ihr hier vorne, wollte ich sagen. Das Panoramadach hier vorne fehlt. Das ist das erste. Und beim zweiten seht ihr jetzt auch sofort, hier fehlt nämlich dieser Sicherheitsbügel, der hier eigentlich drin ist. Ansonsten Top-Zustand. Die Figuren sind auch dabei. Oh, gucken wir mal. Hier sind sie inklusive Masken. Beide Masken Mittel, Figuren im guten Zustand. Sind dabei. Und was das Schöne ist, der funktioniert auch noch. Oh, machen wir mal so. Und Batterien sind drin. Auch der Attack-Mode funktioniert. Habe ich alles getestet. Ist jetzt im Shop für 109,99 Euro. Wer zuerst kommt, mal zuerst, wie es so schön heißt. Das zweite Highlight. King Rando habe ich hier. King Rando aus der Vintage-Line der Masters of the Universe. Mit Speer und Original-Krone. Hier fehlt leider der Umhang, aber die Rüstung ist dabei. Und schaut euch mal das Gesicht an. Das ist in richtig gutem Zustand. Auch die Haare noch ohne Gebrauchsspuren. Ich gucke mal eben die Hände im guten Zustand. Da ist eine kleine Macker an der rechten Hand am kleinen Finger. Ansonsten, was er hat, sind ganz leichte Weichmacher-Flecken oben am oberhalb der Oberschenkel. Also da. Ja, also die sind echt oberhalb der Oberschenkel. Ansonsten in richtig gutem Zustand. Ist jetzt im Shop für 79,99 Euro. Ihr findet die ganzen Artikel natürlich unter den Haus-Kategorien, sag ich jetzt mal. Wie jetzt hier den Volcano unter Mast, ganz normal. King Rando unter Masters of the Universe und dann 1982. Oder auch, wenn ihr unter weitere Artikel geht und dann oben steht Angebote oder Aktionswaren. Da könnt ihr draufklicken, da findet ihr die Angebote dann auch alle. So, kommen wir zu Nummer 3. Das sind Turtles und zwar die Combat Warriors. Ich habe mal einen hier stehen als Beispiel. Davon habe ich insgesamt drei. Leonardo ist leider weg, aber ich habe noch Raphael und Donatello auch davon alle original verpackt. Nichts dran. Die sind aus dem Jahr, müssen wir mal eben gucken, 2014. Und könnt ihr erwerben für 9,99 Euro Stückpreis. Alle Preise, die ich nenne, sind natürlich zuzüglich versandt. Außer Artikel, die über 75 Euro sind, wie jetzt Rando und Volcano. Da ist der Versand inklusive innerhalb Deutschlands. So, vierter Artikel. Captain Planet. Ich habe hier noch einen Öko-Flitzer. Leider der Karton leicht verfärbt. Aber so noch in gutem Zustand. Ist an einer Seite geöffnet. Aber der Inhalt, seht ihr hier, ist noch im Karton. Also ich hole den ganzen Karton jetzt nicht raus. Der ist aber noch verpackt im Karton. Also Inlay ist mit dabei. Wenn ihr Captain Planet mögt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Öko-Flitzer für 19,99 Euro zu bekommen. Nr. 5 Wir sind bei Masters of the Universe 2000X, die Modern Line. Ich habe hier noch ein Samurai-Skeletor. Mint on Kart. Guter Zustand. Fliester ist klar. Haben wir für 29,99 Euro. Das nächste ist hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch das sagt. Das ist ein Schurke von A-Team. Die Figuren sind von Galoob aus dem Jahr 1984. Und da habe ich noch zwei Schurken. Das ist der eine. Und hier ist der zweite. Schurken ohne Namen. Die kommen mit Zubehör. Und zwar gibt es da Rucksäcke, Gürtel und in dem Fall jetzt noch ein Maschinengewehr mit dabei. Die andere Figur hat ein Fernglas. Gibt es im Shop. Jeweils für 9,99 Euro. Kommen wir zum Artikel Nummer 7, den ich mir rausgesucht habe. Das ist Master of the Universe Super 7. Und zwar habe ich hier noch eine Kleinigkeit, was ganz Besonderes. Einen Evil Seed, inklusive Evil Seed Comic auf Stratos Karte. Vorne und Stratos hinten. Schöne Geschichte für Sammler. Lustig sowas zu haben. 59,99 Euro. Absolut geiler Zustand. Unpunched. Schönes Ding in. 59,99 Euro. Evil Seed im Stratos. Auf Stratos Karte. So, das vorletzte. Von Mighty Max haben wir auch was im Angebot. Und zwar Magnus. Eine riesen coole Figur. Ihr könnt die Arme aufklappen. Hier vorne. Dann könnt ihr was rausholen. Ihr könnt die ganze Figur aufklappen. Kopf hoch. Und dann lässt sich hier die Spielewelt aufklappen. Der andere Arm auch. Ihr könnt die Beine aufklappen. Da befinden sich noch Figuren drin. Guter Zustand. Das einzige was ich hier zu sagen muss. Eigentlich kommt hier noch eine Kanone hin. Die Kanone fehlt aber leider. Wenn man die Figur dann zuklappt. Dann ist die Kanone quasi die Augen von der Figur. Die fehlt. Ansonsten guter Zustand. Hier die Rakete ist auch mit dabei. Eigentlich schweineteuer die Dinger. Bekommt ihr jetzt im Shop für 39,99 Euro. Und die Nummer 9. Für mich ein richtiges Highlight. Ich habe noch was von Ring Raiders. Und zwar original verpackt. Guter Zustand. Hat ein paar Abschürfungen hier. Und hier oben ist Tesafilm drum. Da war wohl mal der Henkel gerissen. Hier. Und da leicht Abschürfungen. Ansonsten fließt da fest auf der Karte. Schönes Ding. Ist jetzt im Angebot für 89,99 Euro. Ja das war es. Ich hatte es schon gesagt. Eine kleine Auswahl von 9 Artikeln. Insgesamt sind es glaube ich über 50 in der Angebote Kategorie. Schaut da gerne mal rein. Schaut euch den ganzen Shop an. Da sind bestimmt schöne Sachen für euch mit dabei. Genießt die Weihnachtstage. Und besucht uns wieder. Hier auf dem YouTube Kanal. Und besucht auch unseren Blog. www.retro-spielzeugwelt.de Und unsere Social Media Kanäle natürlich. Und der Shop ist immer ein Besuch wert. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020